Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kusche und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr einmal für die neue Herausforderung suchen müsst. Und zwar müsst ihr einmal zwischen einer Kamera im Keller, einem verschneiten steinenden Kopf und eben einem goldenen Schlepper, nennen wir es mal so, einmal suchen und dort einen Stern aufnehmen für die neuen Herausforderungen. Ja, und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist einmal hier auf dem Berg landen. Und wenn ihr oben landet, sollte einmal so ein Sternchen erscheinen, das aufsammeln und dann seid ihr mit dieser Herausforderung fertig. Dankeschön fürs Gucken, Leute. Weitere Videos zu den Herausforderungen gibt es natürlich auf dem Kanal und ich streame öfters in der Woche auf Twitch live. Heißt dort Kuschel, guckt doch einfach mal vorbei und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.